Am Ende des Aufbereitungsprozesses steht die Sterilisation. Die Dampfsterilisation ist nach wie vor die effektivste Methode, hitzebeständige Instrumente rückstandsfrei von überlebensfähigen Keimen zu befreien bzw. diese irreversibel zu inaktivieren. Der tägliche Bowie- und Dick-Test ist ein wichtiger Bestandteil, um sicherzustellen, dass der Dampfsterilisator richtig funktioniert. Eine Alternative ist der elektronische Bowie- und Dick-Test. Fehler wie eine Luftinjektion in der Sterilisationskammer, eine Leckage oder eine mangelnde Evakuierung werden vom elektronischen Bowie- und Dick-Test und der dazugehörigen Software sicher erkannt. Die Vakuum- und Sterilisationsphase des Sterilisators wird lückenlos überwacht. In einer grafischen Darstellung erkennt das Programm sowohl den fehlerfreien als auch den fehlerhaften Sterilisationszyklus. Bei fehlerhaften Zyklen werden die Abweichungen dokumentiert und mögliche Fehlerursachen angezeigt.